Hallo und herzlich willkommen hier in der Firma bei EASY. Mein Name ist Daniela Claudia Sass und ich bin die Präsidentin für internationale Trainings innerhalb der Firma. Ich werde dich in Zukunft sowohl persönlich als auch virtuell auf deinem Weg zu deinem Erfolg begleiten. Mein Schwerpunkt ist die Persönlichkeitsentwicklung und die Umsetzung dessen in konkrete messbare Ergebnisse sowohl in deinem geschäftlichen als auch in deinem persönlichen Leben. Das, was ich trainiere, lebe ich selbst seit mittlerweile über 19 Jahren und das, was ich dir vermitteln möchte, habe ich selbst mehrfach umgesetzt und vorgemacht. Wenn du mehr zu meiner Person und zu meinem Hintergrund wissen möchtest, kannst du dies gerne entweder auf meiner Webseite danielasass.com nachlesen oder einige Punkte sind auch hiermit eingeblendet. Als kleine Hintergrundinformation für dich, ich habe selbst in vielen Ländern gelebt und gearbeitet und war als Gastreferentin mittlerweile international unterwegs. Seit nunmehr drei Jahren bin ich als neutrale Trainerin für Firmen tätig, Seminarleiterin meiner eigenen Go4Values Seminarreihe, Coach von verschiedenen Top-Führungskräften der Branche tätig und habe mehr als drei Bücher veröffentlicht. Ebenfalls in den letzten drei Jahren habe ich Top-Führungskräfte der Branche darin unterstützt, ihren Umsatz um mehr als 200% zu steigern. Meine Vision war es bereits seit vielen Jahren, etwas für diese Branche als Ganzes zu tun. Nur war es mir mindestens genauso wichtig, bevor ich als Trainerin starbe, selbst erstmal zu beweisen, dass ich keine Theoretikerin bin, sondern das, was ich vermittle, auch selbst umgesetzt und selbst bewiesen habe. Mein Name ist Daniela Claudia Sass und ich freue mich nun, dich hier bei BuyEasy langfristig daran zu unterstützen, deine Ziele, deine Vorhaben und deine Pläne zu realisieren und umzusetzen. Bis bald!